So, Schlag auf Schlag geht's in dieser Aufnahme-Session. Jetzt steht ein Spezialist auf dem Programm. Letztes Mal haben wir Möcke gespielt, dieses Mal werden wir Silvana spielen. Auf geht's. So, die Woche lief bisher eher durchwachsen, muss ich zugeben. Auch das letzte Spiel war vom Heal-Output ganz okay, aber auch vom Positionsspiel und so weiter und so fort relativ bescheiden. So, Silvanas, wir werden, denke ich, hier versuchen, das neue Garden of Terror Map. Mal schauen, wie wir das angehen werden. Ich persönlich halte von den Redesign von Garden of Terror nicht so viel. Wir haben zwar Frontline, ich werde komplett auf den Damage gehen. Wir werden erstmal Frontline-Kicker spielen. Und dann mal gucken, was so geht. Rayman könnte eigentlich hochgehen. Ah, Süvielein, du alte Schwein. Dann müssen wir sie weg. Wir probieren, wir können hier eigentlich nochmal den Tower angreifen. Aber wer von euch wird sie einsammeln? So, wenn nicht eine Sperrfeuer, eine zusätzliche Aufladung ist schon nice und nett und toll. Ich würde es nur ungern sehen, wenn ihr nicht die ersten seid, die die Ernte einfahren. Ich muss den Rückzug antreten. Jetzt ist der Rückzug antreten. Oh, der hat das wahrscheinlich? Nee, hat er nicht. Jetzt ist er tot. Das war's für heute. Eure Feinde können nicht vor euch bestehen. Er spielt mit dem Schnitter Besessenheit. Den Bogenschützen voraus. Eine Saat ist aufgegangen, aber das ist kein Grund sich zu behachten, oder? Nein, eine ist mein eigener. Halt hier mal durchpushen. Wir haben grad die Chance dazu. Macht der Xul aber nicht mit. Schon geschehen. Er gehört mir. Zeigt keine Gnade. Ich bin hier. Ein gegnerisches Rohr wurde vernichtet. Ah, hab ich zu lange gewartet. Aber wir können jetzt auch direkt weggehen. Haben wir das zumindest mal geholt. Das war... Okay, dann gehen wir mal hoch. Ihr solltet euch besser darauf vorbereiten, eine neue Sarg einzusammeln, Helden. Ich würde das Camp oben machen. Ah, das ist schon weg, oder? Zerstört. Ja. Wählt ein Talent. Vorwärts. Ist die Natur nicht wunderschön? Bitte sammelt dieser Sarg für mich ein. Mal gucken, ich werde jetzt mit dem Ulti durch marschieren. Hier bin wir jetzt. Gute Arbeit. Oh fuck. Ah, da hab ich zu früh gemalt. Da hab ich den Hut noch abbekommen. Hab ich gar nicht gesehen. Nicht so lange ich euch noch brauche. Unlucky. Was der da halt wegkommt, ist halt ne Saural. Nice. Das Camp hat so Mrs. Veli da oben. Einfach uns darauf konzentrieren, uns mit Besessenheit einen Vorteil zu verschaffen. Danach werden wir Windläufer spielen. Oh ne. Spell-Armor wäre, glaube ich, besser gegen Shub-Guy. Gerade wenn er sein Ulti anmacht. Ja. Und jetzt. Dann. Das früh könnt ihr nicht machen, sondern das habe ich falsch genommen. Oh nicht. Das sind die Miete. Das ist so. So. Ich muss um die Schmerz. Das ist so. Ich hab zu lange gebraucht, es war schon vorbei mit Welle der Heimsuchung. Die Festung eures Gegners fehlt. Nice, ja with the kids. Wenn er jetzt stirbt, ist das nicht so schlimm. Meine Osterheer sind gefallen und die Sonne geht erneut ab. Wir werden als nächstes Todeshauch oder eben auch erbarmungslos spielen. Ich empfehle diese Söldnerlager einzunehmen. Schon zweimal gestorben, Null Damage. Läuft bei mir. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Eine neue Saat geht bald auf, Helden. macht euch bereit da aufpassen dass ich da nicht sterbe aber nicht dass ich gegen kerrigan gewinnen kann deswegen gebe ich das mal ab hier ist mit halben Lebenspunkte mal kurz nach oben gehen und ein paar Muxer spielen verschwindet von hier nein gesilenced schade wir haben das Ding eingenommen ich dachte ich kriege ihn vielleicht noch tot aber ich bin da genau reingelaufen in die scheiß Murmel habe ich jetzt sowieso nicht mehr ganz geschafft zumindest haben wir Lunara noch geholt das ist ein richtig Desaster Spiel von mir meine Güte die ganze Woche ist ja zum kotzen das macht ja gar keinen Spaß meine kleine Saat steht kurz davor aufzugehen bereitet euch darauf vor sie einzusammeln welches Glück soll dieser Glück bringen alles ist so jetzt ich finde die kräfte in die das in und in witz Jedenfalls nicht mehr. Eure Feinde können nicht vor euch bestehen. Hmm, Sonja. Schade, ich hätte ihn gerne nochmal interrupted, nur ist er jetzt halt direkt auch hinten schon, das ist egal. Das ist so geil da unten. Aha, solltet ihr nicht diese Saat einsammeln, Helden? Gib den Befehl. Niemand darf überlegen. Ist ja noch rumgegangen und das Camp gelassen. Verstärb den Anderen. Schon geschehen. Nein. Stimmt noch, die stimmt auch noch. Jawoll. Nice. Mein Tod war nicht vergebens. Dieser Held muss sterben. Lauf da nicht. Ich weiß nicht, wie viele Liebenspunkte der hat, aber der Schurgal kommt. Der ist so, der ist so tot, denke ich. Schade. Viermal gestorben, nichts auf die Kette bekommen. Ganz, ganz, ein mieses Spiel von mir. Alter Schwede. Mach überhaupt gar keinen Schaden gegen die. Zu viel Respekt vor dem Schurgal, glaube ich. Der Rest vom Schützenfest ist echt kein Problem, weil der Schurgal, wenn der einmal drin ist, dann halt echt ein dickes Problem werden. Eine Saat wurde gepflanzt. Sie wird schneller aufgehen, als ihr denkt. Ich werde niemals Ruhe finden. Ich werde niemals Ruhe finden. Aber wir versuchen, über Splitpush das Spiel zu gewinnen, aber das können wir eigentlich vergessen. Glück gehabt, wenn ich gerade ist, sie weggekommen. Ich werde nicht Ruhe finden. Ich empfehle diese seltene Lack-Einschulden. Wählt ein Talent. Der macht die halt relativ einfach kaputt, das sogar. Was jetzt blöde ist. Da ist meine geliebte Saat. Wurdet ihr so lieb sein und sie einsammeln? Damit Druckwelle spielen, auch wenn ich eine Udi jetzt gerade nicht ready habe. Was haben sie schon geschafft? So ein Pech! Hier kommen meine Ungeheuer! Mein Wille ist mein eigenes. Aber wir sollten einfach Back gehen, das können wir so bisschen nicht mehr halten. Wir hinten verteidigen. Euer Fuhr ist gefallen! Uh, nicht gut! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ge-Gner getätet. Puh. Deine Zeit ist abgelaufen. Die Ungeheuer des Feindes sind gefallen. Oh. Und ihr habt sogar überlebt. Wie schön euch. Autsch! Okay, wir gehen zurück. Ich habe eine gute Kommung mit Sagara gehabt, gleich in Ulti reinzusetzen und den Signals zu erhöhen. Ich bin hier. Ah, eine Saat geht auf. Ich bin hier so gespannt. Okay. Ich dachte es ist egal, Sagara macht das jetzt, aber... Ich habe jetzt nochmal einen Minion. Dieser Held muss sterben. Jetzt haben wir ihn endlich. Ach, das war knapp. Ich bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Zu wenig aus Besessenheit gemacht und auch zu wenig aus Klagen der Fall. Jetzt am Ende ist er gar nochmal erwischt und das Spiel jetzt auch gewonnen. Aber das war jetzt echt nicht, äh... Nicht so gut. MVP Er ist einmal gestorben und der Tod war dann auch sein Untergang. Schade. Naja. War nicht so... Da muss man nicht viel drüber reden. Das war... Das ein oder andere mal einfach ein bisschen zu aggressiv, zu wenig aus Besessenheit gemacht. Und ich hatte so viel mehr machen können. Ähm... Schwierig. Also... Hm... Naja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ähm... Silvanas möchte ich an dieser Season ein bisschen häufiger spielen. In der Hero League zumindestens. Gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Also... Bis zum nächsten Mal. Tschö! Tschö!